Die selbstwachsende Saat. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. Im Frühling geht er auf sein Feld und sät Samen aus. Danach geht er nach Hause und wartet. Es vergehen ein paar Wochen und Monate. Ohne dass Hartmut etwas auf dem Feld tun muss, wachsen die Pflanzen heran und werden immer größer, bis sie ganz reif sind. Jetzt muss Hartmut sie nur noch ernten. Jesus vergleicht das Leben mit Gott mit dem Samen. Oft braucht es eine Weile, bis er heranwächst. Aber Hartmut muss sich keine Sorgen machen, weil er weiß, dass aus dem Samen irgendwann eine Pflanze wird.